Seelenfrieden Weltweit werden tagtäglich Milliarden von Menschen Opfer der digitalen, medialen, narzisstischen, hedonistischen, karrieristischen, selbstausbeuterischen, masochistischen, egomanischen und konsumorientierten Reizüberflutung und Suggestion durch das Establishment. Auf bis dato unerklärliche Weise erkranken schlagartig hunderte Millionen Bürger der ersten Welt epidemisch an Anhedonie, der Unfähigkeit, Freude, Lust und Befriedigung zu empfinden. Es ist besser für das, was man ist, gehasst zu werden, als für das, was man nicht ist, geliebt zu werden. Zwei Musteropfer dieser unsäglichen Umstände sind die ungleichen, aber dennoch unzertrennlichen Aristokratensöhnchen Franz und Fritz Freudenthal. Schweig sie! Das ist mein Ekel, Micha. Völlig sinnentleert und gepeinigt durch ihr jämmerliches, lust- und spaßfreies Dasein, vegetieren sie dahin. Mein Film handelt von Freiheit, von Gerechtigkeit, von dem Glück, vom Kapitalismus, vom Tod, von der Liebe. In meinem Film, da wird die entsetzliche Fratze der menschlichen Existenz aufgezeigt. Von Gerechtigkeit, von dem Glück, vom Tod, von der Liebe. Untertitelung des ZDF, 2020